Sie werden bestimmt am nächsten Geländer kleben, wenn Sie sich an die Festschütteln. Cool. Heute darfst du noch ein bisschen was an der Backe ab. Vielleicht dir helfen. Das ist ein Knopf, bitte. Guck, da bleib ich nicht kleben. Ah! Ein Wort. Ich bringe eine Moschee. Mhh. Mhh. Was ist das? Und da runter? Mhh. Mhh. Aber wir wollen halt leider nicht alle fern gucken. Halb Spuren. Das ist für die Füße. Achtung, da guck ich echt wo. Mhh. 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 Mhhh. Mhh. 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 Man hat angesprochen, dass man sie gleich lösen kann, oder nicht. Man kann es hier durchlaufen. Siehst du es? Unten dort der Knolle und ich weiter runter. Schließen? Das ist gerade noch genau. Das ist gerade noch genau. Und hier vorne, das ist auch. Wir sind alle weiter. Leonie, du wachst bitte, du gehst nicht alleine runter. Wieder runter geht's?